Herzlich Willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia und so. Ja, die Chronicles Edition übrigens. In der letzten Folge, da haben wir uns ja hier an diesen Ruinen versucht. Wir wollten das Feuersiegel und so öffnen. Dann kam ein Unfall. Ich bin ein bisschen Game Over gegangen, deswegen habe ich ein bisschen trainiert und habe jetzt also auf Level 9 bis 10 gebracht. Und ja, ich glaube, das sind so zwei, drei Level höher als bei der letzten Aufnahme. Ich bin die Folge altmärkig gerade. Was soll das denn? Und ja, hier bei diesem T und S sind bei einigen hier schon die Dinger voll geworden. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht hier noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was es mit diesen Dingern auf sich hat, aber sie sind voll und das ist bestimmt gut, ne? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Ignorieren erstmal alle 0815 Gegner. Soviel dazu. Eww, ein paar neue Attacken habe ich auch gelernt. Zumal hier Tiger Blade. Geil, war? So hatte ich hier schon vorher. Die Ausrüstung sind alle auf dem neuen Stand, neue Waffen und so, was alles. Also, jetzt schon irgendwie bringen. Zack. Dann versuchen wir uns nochmal bei dieser Schatztruhe. Ich habe jetzt auch nicht hier drin getrainiert. Ich habe irgendwo draußen in der Wüste trainiert. Also, ja. Hallöchen. Ich gucke jetzt nochmal kurz. Kann ich nochmal kurz jemanden heilen hier? Äh, zu teuer. Ach ja, gucken wir mal. Charger hat sie, glaube ich, gelernt. Stellt einen Teil-TP eines Mitglieds der Gruppe wieder her. Auf was ist eine eigene TP? Ja, 24. Sie hat, glaube ich, Powerhammer jetzt nur gelernt. Er will Stoneblast lernen. Okay. Windblade hatte er vorher, glaube ich. Ne, weiß ich nicht. Ja, er hat Tigerblade gelernt. Lightning. Okay. Ja, also, alles so. Jeder hat, glaube ich, eine Attacke so gelernt. Also, mal gucken. So, jetzt versuchen wir uns nochmal an dem Viech. Okay. Ne Fresskiste. Kann mal jemand analysieren, bitte? Vielleicht ist es ja irgendwie ein... Hier, was? Das Viech hat 400? Nur? Hat er alles gemacht? Lightning. So, Kraftschub, geil. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber... Es gibt mir immer ein paar Ausstuben, ganz gut. Das Viech hat immer noch 4. Was? Das Viech hat immer noch 400. Das Viech verlippt keine AP. Ähm, ja. Magie? Keine Ahnung. Nochmal, Feuerball. Kratos. Ja, super. Wie gut, dass ich jetzt... Genis dabei habe. Windblade. Immer weiter, immer weiter. Warte mal, Strategie. Äh, da, 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 da. Äh, 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 äh. Warte mal, ferner Angriff. Nee, Oberangriff. Hm, ja. Wie kann man hier einstellen? Setz mal die ein. Mua. Mua. Äh. Lass mich Stoneblast einsetzen. Oh, Spruch gelernt. Okay, das bringt's. Noch Stoneblast. Mua, wer... Rechte ich damit so was? Äh, Heilung, irgendjemand? Simplates? Mua, wie geht's gegen Magie? Und völlig nett. Geh, äh, Rain. So. Äh. Ich wünsche wirklich, ich hätte Gens dabei. Aua. Nein, nicht auf Kratos. Mua. Hm, hm, hm. Weil das ist so gut, ne? So, nochmal, Feuerball. Immer schön auf den drauf. Ich hab keine TP. Nein. Ich glaub, ich kann gleich nochmal zurück in die Stadt gehen und mich heilen. Ja. So, setzt du... Nein, nicht gegen uns. Jetzt ruhig. Jetzt ruhig zaubern. So, noch ein bisschen. Ach, komm schon. Äh, Rain. Komm schon. Jawohl. 24 Erfahrungen, super. Teilung haben wir bekommen. Wir können eigentlich nochmal gleich zurück. Geschenk der Geister gefunden. Okay. Was ist das? Geschenk der Geister. Bestellt 30% der TP. Okay. Dann bist du auf Geistert nochmal. Keine Ahnung. Karte von Silverand, Monsterliste. Was ist denn ein anderes, was ich bekommen hab? Teilung, hier. Uuuh. Okay, muss ich sagen, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell zu Triad, nach Triad, verteile mich, weil das muss jetzt nicht sein. Wenn ich nochmal so eine Kiste sehe, nehme ich gerne jetzt mit. Mann, sag mir doch mal, einer hat die vierjährigen Magie anfällig sind. Da haben sich bestimmt alle Symphonia-Veteranen hier voll kaputt gelacht. Okay. Habe ich Geld bekommen? Ne, ich habe auch nicht viel Geld bekommen. So. 100 Geld, okay. Oh. Okay. 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 Die Kulette hat zwei Metallringe. Ich glaube, die kann sich bestimmt gut verteidigen. So, jetzt speichere ich mal hier, weil ich es kann. Und ich war noch, nochmal, vielleicht passiert da, oder was? Wenn nichts passiert, dann lade ich einfach neu, weil so geizig bin ich. Okay. 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 So, jetzt spreche ich nochmal. Ach man, jetzt vertauschen hier immer, Mann. Hier war das letzte. Natürlich toll, wenn die Aufnahme wieder verhaut wird, dann, ja. Dann kann ich nochmal gegen diese Kiste kämpfen. Okay. So, jetzt sind wir schon dabei. Okay. 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 Mal. Bestimmt kann ich dadurch voll irgendwas geiles freischalten oder so. Aber egal. Ich hoffe, er ist nicht jetzt auf Triatir bezogen. Das hat passiert. Also, ich werde sowieso in jene Herberge oder was auch immer übernachten. Deswegen habe ich schon nichts verpassen. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Dann erkunden wir auch mal das verdammte Ding hier. Äh. Ist diese... Wieso kann ich dem nicht ausreichen? Wow. Was bist du denn? Tiger Blade. Ich muss jetzt eigentlich ein bisschen stärker geworden sein. Äh. Oh, Rainbow. Wirklich irgendwas außerhalb Pirate Magie, damit sie auch was machen kann. Im Moment magst du ja nichts anderes außer allem. Sack. Ich meine, runter. Wir brauchen gute Erfahrungen, merke ich gerade. Sehr viel mehr als beim Dingens. In der Wüste. So, warte mal ein Nier. Hi. Jetzt sehen die Viecher aus wie in den Kämpfen. Oder auch nicht. Was? Ich habe euch bekommen irgendwann einen anderen physischen Angreifer. Ich bin mal drehe ich. Ich kenne ja eh ganz Charakter davon. Ich möchte aber mal jemand anderen außer Leute spielen. Ich möchte ja nicht nur Leute spielen. Hiiio. Oh Gott, die zaubern. Oh, ouch. Ich habe jetzt zwei Heiler aber erstmal. Au. Hier sind vier Gegner sichtreich. Ich dachte die ganze Zeit hier dann drei. Okay, ich gehe jetzt mal auf den Nerven. Ile ist weg! Wiren, Mich зовут ihn! Ich mache euch an wegen auf das Wol pole! Ohy, die sind dann mir vorbeigezischt. Die gerne. Bleh, Bleh, Bleh! Bleh, Bleh, Bleh! Bleh, Bleh, Bleh! Bleh, Bleh! Bleh! Bleh, Bleh! Bleh! Bleh. Bleh, Bleh, Bleh! okay ich sehe schon okay hey dort ist eine fackel hier stand einst eine stadt die durch ifrids höllenfeuer zu stören wurde versuch sie anzuzünden okay hey der bohlen hat sich bewegt interessant dieser ort muss etwas mit zu tun haben das war gerade gesagt egal wie auch immer lasst uns alle fackeln anzünden an denen wir vorbeikommen okay so dann tue ich das ding hier das ist schon offensichtlich und so kann ich das ding gleich nicht ziehen also runter ich weiß nicht warum ich jetzt auf das ding auch so wegen natur ich ruf sie letten schuhe ja ein schwert du und ja ein riesiger unterschied okay dann weiter das sind sich an und eine sorge okay hier kommt nicht wo ich auch nicht vorbei lassen kaputt als speicherpunkt jetzt monster hat jetzt plätze irgendwann kann man die zwei arzt hintereinander einsetzen da würde er noch auf die karte setzt mir ab 96 mit ein schlag so vielleicht noch mal anders umgehen wo ich da hinkomme das hat sich erledigt dann muss ich wohl in einer seite irgendwo hier reinkommen nein diesmal nicht ist hier bin schon jetzt stark aber mit der kiste war nur einfach doof sagt anfangs für den rhythmus in diesem spiel raus hier muss man sehr viel mehr auf abwehr setzen aber nicht rellen kann bis jetzt und überhaupt irgendwie habe ich das gefühl freerunning ist nicht möglich in diesem spiel feuer schlägt stein zitrus gel zitronen gummi oder was das sieht einladen aus wir sind viele gegner ja ich will an kraft zu nicht bekommt man den aua so zack jetzt mache ich euch alles platt in dem zuschauen kann man bestimmt auch irgendwann nächste karts einsetzen so komm her gut gemacht ok roter karts und kollektanten blab jetzt eigentlich so level mäßig aus ok 134 644 wow ich weiß nicht hm wenn er gleich level 11 erreicht hat kann ich mal wechseln ey jawohl ahhh ahhh ok hm hm geh weg weg baa baa so und durch die mitte warte mal kann man irgendwas sieht so aus als nö ok geh weg baa da gibt's doch ich stolper immer an einen vorbei ok kannst du was neues einsetzen jetzt aua aua die erreichen gar keinen over limit card sei nur mein gesteuerter charakter oder bitte blöd ist jetzt nein 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 jawohl so ok durch die mitte hier gibt's was zu tun warte mal ok ich habe jetzt habe er wieder so ein ding hm da ist noch eine truhe ich weiß gar nicht mehr wie ausgesehen haben deswegen ihr seid bestimmt wahrscheinlich dass ich über die schon wieder stolper da dort ist man nicht hier kein Bock hier hat einer zauber auf uns ein ballert jawohl aua pfff die Leute gehen sowieso leicht die tp aus deswegen kann es leicht jemand anderen wechseln nyo 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 schulinkern 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 ich bin gerade erst warm geworden und Reyna level up und Wasser des Lebens gut armreif mhm armreif mehr verteidung Heiler hat Priorität... Ist leider so... tut mir leid Colette, ich weiß du bist die auserwählt und so, aber... Hmmmmm... was mache ich hier mit? Ich schuze sie mal hier rein. Oh... Aber ganz gut jetzt... ja... Guck... und zu jetzt der hier? Wozu? und so lasse ich mal hier so könnte ich den gebrauchen ich weiß nicht ich habe nicht einfach gedacht ja weil du willst kannst du ihn auch noch einschieben war mag ich durch das ist doch traurig da kommt ihr kaputt im schwert sind aus feuer mich an kaputt erinnern weiß ich nicht ist halt so gerade das war angeworen level plus aber lernt irgendwas neues tempest okay da würde ich noch sehen das ist ein kaputt der speichelpunkt meine warte gibt es ganz schön vier truhen mumi und 1000 geil mumi sein schmied ist unbekannt so gebe ich eigentlich geld aus mit ganzen sachen wenn ich hier sowieso hier rein bekomme so typisch ok welche sich aber ich habe noch ein speicherdienst er ist perfekt dann kann ich den schnitt machen danke wappen nur wohin mal warum jetzt so ein boss der mich vergewaltigt das sind wir ja schon mal im siegel ja die schafft man auch in dem panne da bekommt er auch erstmal hier ich nun mal man hätte ich jetzt kennst aber eine der könnte zu feuer magie auf die rein hauen so wie viel hast du jetzt ist ja nur 5000 nur ein paar neue waffen und reicht das tempest mal ein ich hab mal sehen danke voll erstmal machen wir ja so fähigkeit halten geil was item tief ok da und rein hat keine tp das ist wunderbar wir haben nichts zum tp halten das ist auch wunderbar wie geil ich vorbereitet bin und jetzt sind die tp ausgegangen und ist doch alles scheiße ok ich hab den bis jetzt nur 16 abgezogen mein gott muss ich extra hier auf ihn draufhauen zwar gerade kannst du irgendwelche wasser attacken finde ich geil äh den schon leicht und kann man einem part aber hat es dann so anders muss das raushaben auch verdammt eruption ouch die hat mich daran gibt es hier mit abwehren sword ray oh ne ah die hat schon wieder keine also das blöde ist wenn sie keine tp hat ach sie bekommt tp durch ok das ist wunderbar so der ist leicht der ist leicht down und ich wollte auch noch zu gennis wechseln erst nach sein aber nein ich will jetzt nicht schon sowas hier verballern das war es und schon wieder mal den level up denn es hat icicle gelernt ist auch ein kurzer auftritt Ich bin der Herr von der Heiligen Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Erde und bin der Welt. Ich bin der große Frau. Ich bin der Kraft von mir. Ich bin der Kraft von mir. Die Frau, Colette, war eine gute Arbeit. Oh! Das war ein cooles Upgrade. Das war ein cooles Upgrade. Hm? Gorette! Die Hame! Ja. Soll ich das. Super! Super! Schau! hey genau wie im intro wie sie abgeht mit den flügeln nach dem plan collett lern angel feathers sind richtig cool so ich will mal irgendwo wegen aufnahmeschäden und so an einen sicheren ort hier rausgehen wo ich die aufnahme beende geweck direkt und so gern dann komme ich mich gleich und wir kommen mir kommt noch eine kratze Ich habe mich überrascht, um mich zu sehen. Warte, warte. Wie soll das denn? Ich habe mich überrascht, um zu sehen. Ich habe mich überrascht, um zu sehen, um zu sehen. Ich habe mich überrascht, um zu sehen. Ich habe mich überrascht. Ich bin mir wirklich ein wenig Zeit. Ich bin mir nicht so schwer. Ich würde mal gern speichern. Da sind ja noch mehr Cutsien. Aha, kann ich irgendwo speichern? Na gut, dann hoffe ich mal, dass bei der nächsten Aufnahme-Session nicht wieder die Aufnahme kaputt geht und zu dann hier mal einen Schnitt machen und damit sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!